Fraschen Wir spielen ja Fraschen Wir spielen ja meistens so Fraschen Wir fraschen Wir fucken und fraschen Na klar Oben um dem Dach Ist schon mal klar mitgekommen Neck, Michio ist guter Spieler Hat aber nix mehr Der war Hat auch gute Macht Das ist Neuter Spieler Ich bin neuter Spieler Oh no Arsch gedroppt Muss sie sauer machen Damit er gleich wieder hier rin landet Ich bin auf meine Arsch gedroppt Wenn das so ein Krieg ist landet er direkt hier wieder rin Koppik Du check mir Hier ist vielleicht hier ein Shop übrigens bevor er gleich wieder Panik verbreitet Hm Den Heli hat es selten Mach mal Koppgeld nur mitnehmen hier Schalten sie aus Schalten sie aus Schalten sie aus Schalten sie aus Aber der Shop ist da ohne ja mal gut ist egal Ach naja Doch wie im Kackt Ja ohne Ja Das ist das Hallo Gehen wir mal runter Ja Sie weg Wegschmökeln Wegflex Schmökel Kennen wir ja noch Schmökeln Wir können sie fraschen Ja, lass ich mal die Flasche, ne. Oh, das ist ja... Boah, hier, Shield-Frake, was? Fuck, fuck, da sind zwei, ich dachte, das sind wir. Ach, da ist noch einer, kommt noch einer, Pascal? Ich bin einfach noch einer neben mir. Was ist das denn? Bösen Schlag? Scheiben kommen. Hier! Stark. Du hast noch einer. Mann, du siehst nicht durch hier bei den Wupps, ey. Du siehst nichts. Nee. Jetzt haben wir noch was zu dir. Zwei Teams da jetzt. Vermut' ich mal stark. Geht zurück ins... Ja, die ficken sie jetzt, richtig. Die erst mal hat sie ins... ...hier die Haus zurück. Ja. Die drückzieher erst noch. Ja, noch. Ja, noch. Da muss man halt so einen Fall rückzieher an, hier. Da muss man das erst mal machen. Dann fassen wir uns den dort der Linken an... ... oder so. Ja. Ja. Ah, hier sind es aber schon, hier sind sie schon. Hier landet einer. Es geht auch nicht durch. Der ist aber, der hat schon Waffen. Oh. Oh. Ich muss... Wow, was? Was? Das ist ja auch an Robert. Deckung hier. Wie geht das geht? Das ist der Kranke von vorne. Keine Platten. Na, die landet jetzt alle. Oder ist man die was los? Der ist doch von unten. was ist denn das für ein Affe? Der landet da, wenn das aber gar nichts Boah, ist das schlecht Der landet neben mir fest Ja, wo ist mein Freize? Da beim Drop sind sie alle alle bei diesem Haus Ja Na, damit hast du hier rechnet, dass sich da schon an hier sitzt Hocker, ne? Na, nicht da landen, Robert, nicht am Job dann hier ein Heavy-Haus zu ziehen Geht super, Spry jetzt Ja, nicht so geil Ne Wir wissen ja, ob die hier wiederkommen Die waren da an der Tränke Wer ist denn da jetzt? Wer ist denn da? Können den Ballon nehmen und zu David rüberfliegen Was ist denn das scheiße? Versucht zu euch rüberzukommen, Jungs Wir müssen ja zu dir eben Macht nicht so viel Sinn, hier weil die Zone hier am Ende Du musst Klübeck trotzdem erstmal ein bisschen weg da Wenn der jetzt, ist wieder der Juter Wenn der jetzt hier kommt, dann ist es scheiße Wo warst du da noch? Ja Ja Stark Wir haben die Waffen schon quasi Oh Ja Du hast auch ein Blockfläger was Job ist genau hier vorne Kommen Kommen Oh fucker Der ist hier außen Oh Gott, der redet ja Kannst du wo sind? Hier liegt alles quasi Probier's mal im Dorf Ich sterbe nicht sterben Brauchst du nicht hier liegen eingewankt, warum er haltet MP5 und dann Turks und Tassene gesehen hast Da hat doch alles Was ist das? Job ist das? Ich hab meinen lieber Neulich jetzt nicht da vorne Sch, Gegner, stell mal ruhig Halt Marc Halt Marc Uhhh Alter, der mit seinem weißen Anzug, Alter, was ist das so ein Crack? Heimel eliminiert Hehehe Den Crack Oh Oh Der Feind hat sein Netzwerk wieder gesichert Es ist vorbei Corona hat keinen Fall noch mehr Sie kehrt zur Basis zurück Verstärkung ist unterwegs zu dir Verstärkung ist unterwegs zu dir Na, der ist halt immer noch toller Turm hat all aktiv Schreiber der Vorratstation gesenkt Wir müssen leider los jetzt Huuu Verründete Drohne im Einsatz Drohne, Drohne ist auch los Wollen wir hier links hoch? Ich glaub, wenn wir die angreifen mit der Tanke da Hier landet er Wir müssen die angreifen, sonst kommen wir eigentlich mehr weg Wir müssen nicht schlecht atmetiert Da ist, der wartet da schon Der hat mich natürlich umgekehrt Jopp Der hat mich natürlich umgekehrt das war uns verkohlen eigentlich naja der weiß dass wir von hier kommen ich versuch die mal rauszulocken vielleicht kann ich die irgendwie von hinten weg schnappolieren sieht ihr noch was? der ist da drinne, ne tanker da unten ist er, zwei leute ist da jetzt noch einer oder nicht? ich wissen noch nicht ja, ich glaube wir werden ja, ist der drunter? tanker sauber hat mich verhörnt, was die anderen drin ist selbst jetzt haben wir eine waffe noch ja, ich hab den achso, ihr könnt ja nochmal zum drück ach komm, ich geh nochmal zum drück jetzt ist nochmal schussverkauf haben wir nochmal einen shop ran? hier ist eine goldene maske ich hab so viel cola ne, jetzt kein schussverkauf aber ist egal, trotzdem nochmal einen shop ran achso, dann war der vorbei eigentlich ist der falsch verstanden, ey Arschloch so, gibt es wieder Belebung nebenbei Gas kommt ich hab nur ne drohne am start noch ne goldene maske wenn er haben will ja ne, ich hab ne, ist schon gut falsch wo geh man jetzt hin? mal einfach weiter hier low land hoch ist scheiß mal mach mal drohne an ach du scheiß guck mal links rum wärs mal links ins ding da ist hier vorne zu auf den Fall ja, ja ja, ja, ja das ist ja ein bisschen dann machen wir uns mal ich werde das 1 6 schnappst das wird mein Wechsel halten aber wenn wir übernehmen das ist eine Ausbildung koordiniert so Kombinationär der steht oben der Wechselsniper so du Wichser du wechseln ich brauch von der anderen Seite stabilisieren Alter was boah ah scheiße die haben schon gesehen naja vom Crazy Haus schießen soll ist jetzt schlecht ist jetzt schlecht er war der Camper Hure noch eine Sekunde ist zu spät wie er da war das ist wieder der Typ als ich will die wissen wie killed stay macht hat der ist echt krass der ist aber schlecht der lag einfach nur da und bewegt sich wirklich ne der ist leider nicht schlecht der ist leider nicht schlecht ja du der Spieler später waren die jetzt wird der mit dem weißen Skin gewiesen ne ja 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 weiße Skin dann was machen wir was machen wir Pascal kein Job aber können wir erst mal erst mal erst mal gucken ob wir hier noch etwas weg mitnehmen können hier rennt hier rennt ihr noch hat mich gebrochen und tschüss 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 rechts noch einer was ist am Keller drin hier vorne hier vorne durchbruch durchbruch wir hätten die französische durchschwenden wieder zu holen und dann wird die Zeit nicht ausreichend machen ne also wenn er noch vorbei ist nein halb Minuten also für Blutmöglichkeiten haben wir halt auch nicht mehr und der Gegner ich bin unter dir in der Sorge scheiße move werd schon vorgehen Robert äh David hochstellen Robert aus dem Keller nochmal oder? na warte mal das ist der ist ganz so bisschen verzögert hier rum hier hinten komm mal wann wir zögern mit er hat nichts mehr da oben wartet noch einer ja man oh hier waren da ist auch noch einer ihr seid Hurensöhne wie der ist zu hart ein Kind naja man ich hab da immer was da unten ja nur auf die Minutasse hoffen hier